Stream Leute, gerade Alex. Pisse aus meinem Arsch. Ich hasse selbst die Pisse aus Alex' Arsch, gerade. Ich trink sie immer. Mein Tee. Dann hasse ich dich doppelt, weil dann hasse ich die Pisse in dir. Aus deinem Arsch. Was passiert, wenn ein Mann Old Spice Body Spray verwendet? Wie oft kann man eigentlich Pisse trinken, bis man keine Pisse mehr hat? Kommt mir das heraus, Junge. Unendlicher Circle des Lebens, Alex. Du hast es endlich geknackt, den Code. Ich hab die ganze Zeit das Gefühl, ich hab die ganze Zeit... Henrik hat die ganze Zeit das Gefühl. Nee, ich hab die ganze Zeit Angst, dass wenn ich irgendwas im Browser suche, dass das genauso laggt. Aber dann denk ich, das hat dann damit gar nichts zu tun. Ja, ich brauch noch einen Boss, Alter. Aber ich spiel jetzt auch in Mop, hier ist alles okay, von mir aus konnte ich andere. Ich hab Ruhestein gedrückt, aber es passiert nichts. Jetzt fängt er zu casten jetzt. Jetzt läuft er so eine Zeit ab. Was machst du, Mops? Ich war doch ein Boss. Bist du mit einer Instanz? Ja klar, Alter, was soll ich machen? Ich hasse Nox. Also f***t's euch. Oh, der Ruhestein ist durchgelaufen. Schau, ob ich jetzt auch einen Ladebeil. So ein egoistischer Kärntner. Jetzt hältst du doch nicht mal alle im Mop, Alter. Ihr gammelt irgendwo rum. Setzt ja etwas wie sich, weil ich zock und ihr nicht. Du bist ein vergammelter Kärntner, Mann. Höpflich. Ich war Österreicher, gar nichts. Das ist keine Nationalität. Weißt du, wenn ich irgendwann nach Österreich fahre, Daniel besuch ich. Dich nicht. Ja, Österreich ist ja nicht Kärnten. Eben, ich bräuchte hier erstmal Visum oder so ein Reisepass. Kriegst du aber nicht vielleicht. Boah, ein Mop in... Also mein Ruhestein hat Cooldown, aber ich stehe hier noch. Läuft. Ein 90er Mop in Mop bringt dir auch 100 XP. Let's farm. Wann ich fahren. Ich glaube, Nox, du kannst Chris einschreiben. Das geht jetzt hier wieder. Chris, komm mal. Das geht. Läuft. Jetzt lädt hier alles. Oh nein, ich habe auch 15 Minuten Cooldown auf Ruhestein und ich stehe hier noch. Ich würde dir anmelden, wenn Nox... Wenn Nox nicht noch einen Boss haben müsste, weil er es nicht warten kann. Ich glaube, ich drehe hier Dings ist wieder da und der WhatsApp. Ich glaube, er hat er abgeschmiert. Ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal einloggen in Mops sind. Theoretisch, ich habe auch Cooldown drauf auf. Das hieß, was hättest du gebracht, wenn ich jetzt draußen grüßen wäre? Darf ich jetzt hier Mops grinden? Ich glaube, Daniel hatte Glück, weil er das Ganze am Anfang gemacht hat vor uns, weil er zuerst dritten war. Also, ich habe es auch einfach gedrückt und dann ging es. Jetzt habe ich Mop-Ladder-Wildschirm gekostet. Okay, ich noch nicht. Was das gebracht hätte, Nox, wir würden dich nicht so flameen. Ich weiß nicht, aber das interessiert mich nicht. Ich dachte, ich interessiert es, da du ja darauf antwortest. Ja, ja. Guck. Das tut er so. Ich habe Glückruppig gewesen, Alter. Die ersten Zweitposte ohne mich gemacht, weil ich im Bleibildschirm war. Oh, Ladebildschirm-Mop! Nice. Da sind wir gleich komplett, oder was? Das haben wir komplett, oder? Ja, der Boss hat noch 100k Leben. Tschüss. Gigi. Was heißt unsere WhatsApp-Gruppe eigentlich jetzt echt Team Porno-Share, Mann? Ja, können wir bitte Manu und irgendwas rauswerfen? Ja, Manni. Ja, blöde. Eigentlich echt. Die so genannt, weil der Mann, der irgend so einen Porno-Titten-Scheiß gepostet hat, nur. Martin auch. Ja. Martin mit G-Mail. Martin mit G-Mail. Charakter-Liste. Charakter-Liste fertig. Okay, mein Charakter steht nirgendwo ungeblich. Egal, einloggen. Ja, Ladebalken, ladet, 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 loodet. Ich kann nicht mehr sehen. Loodet. Looder. Looder. Tschau, Server. Tschau. Möngel. Tschau. Du stinkst selber, du Möngel! Oh! Alex flamet hier erstmal alle behindert. Alex, Mann. Du stinkst selber, du Möngel! Ich schütze aus, 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 ich schütze aus. Ladebalken, 90%. 90%, ladet, ne? Ja, Ladebalken, 90%, ladet. Ich schütze aus, ich schütze aus, ich schütze aus. Bei mir wird Derex auch aufländern, in Zweck, momentan. Naja, ich fahr mit Mobs. Vielleicht schaff ich's in 10 Stunden 5%. Dann hab ich mal Kräuter, Grund und Bergwohn. Geht bestimmt auch ultra schnell. Ja, ich hab jetzt 400 XP gekriegt von einem. Naja, ich krieg 400 EP pro Vorkam. Das ist immens. Die ist jetzt alleine, du Peniswurst, oder was? Dann nimm, dann nimm wenigstens uns mit. Ja, nein. Nene, ne, 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 ne. Die, 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 die die Dauer zu, Mongo Klein, die, die. Ich hasse die alle drei jetzt. Ich hasse die alle jetzt. Geh'n dir zu ohne uns, oder was? Ja, ich, die drei, ich schoue. In right, in right. Mob is down. Du gehört, Mob is down. Naja, ne, Mob is super. Ich fahr, flieg hier rum, alles gut. Ja, ich konnte mich nicht in Mob einloggen. Wie sagt ihr, Mob is down. World Tower is down. Sunder is down, ne? Ich bin bei Sunder, ich weiß nicht, wo du bist. Mob. Also ich bin hier... Also Hauptstadt bin ich auch nicht mehr dabei, läuft. Ich versuch's nochmal, keine Ahnung. Läuft sogar richtig lagfrei, also läuft super. Ich glaub, das sind auch Nachwirkungen von Blaisted Lands. Der lag, wirkt hart. Der muss erstmal von Blaisted Lands den Charakter vielleicht darüber laden, oder ich weiß ja nicht. Flammy. Nein, ich falle, ich falle, ich falle. Ich falle, wieso falle ich? Ich bin auch gefallen und Skizko. Das Mob war so toll. Oh, tot. Wenn du dich noch mal erinnerst, dann geht's ja wohl. Es ist so, wenn Henrik jetzt Stream angemacht hat und jetzt wissen alle davon. Ja. Ich bin drin, komm mal loslegen. Oh, ich hab einfach Geist freigelassen, jetzt steh ich hier. Alles cool. Jetzt kann ich meine Quest auch annehmen, ich hab meine Quest endlich begonnen. Ich hab sie schon viermal angenommen, Lukas, by the way. Gut. Ich wurde disconnected, bin fine. Ich und Alex sind in der Gruppe. Meld an, Alex. Danke, Instant Oof. Können wir loslegen. Ja. Toll, wir haben keine Ahnung. Wer ist jetzt nicht in den Dings? Alle, nur wir beide sind. Wo ist Henrik hingefallen? Keine Ahnung, Meld an. Ja, ich bin runtergefallen. Ich bin jetzt aber mit drei anderen Würstchen hier in den Stand. Ja, chill, dass die uns nicht geholfen lassen. Die sind schon in der Indie, Mann. Geh jetzt. Die sind in der Indie? Meld an. Meld an. Meld an, Meld an. Nein, wir haben nicht gewandet. Nö, weil, tun sie ja nicht. Das ist halt echt Pisser, Alter. Alter, ich warte noch keine Stunde, wenn ich in der Indie komme. Eine Minute, ey, seit ich Pisser. Ja, das ist random und lucky shit. Nein, Tadam. Also, kann man die ohne Heiler platt machen, Nox? Was sagst du? Die ersten Lobs? Und Nox ist nicht da. Nox ist rausgekommen. Hände Gott noch versucht, um ihn zu reden. Was ist denn jetzt schon wieder? Oh Gott, okay, wir machen wir gleich. Eben sind Stinke, die die nimmt bei uns nicht. Oh, jetzt kann er sich doch nicht mehr rausholen. Simples. Ja, okay, die können ja gar nichts, die ersten Lobs. Jetzt ist er disconnected. Nein, DT hat nicht angenommen. So ein Hurensohn. Leute, die geben mir aber auch voll Wurst-DP in der Instanz 400. Nee, aber besser als nix machen. Ja, besser als nix machen, das stimmt. Ja, Indie. Alex, Indie. Kommt noch ganz viele Lobs jetzt wieder. Ich glaube, der hasst dich jetzt. Der kickt dich gerade aus allen Sachen. Ach, so nicht, lieber Alex. So, können wir? We're ready. Ich muss noch hier Def-Key anziehen. Wunder. Ich bin gerade im S in Endless Aid. Oh lol, wir sind jetzt alle da. Wir sind auch alle da jetzt. Wir sind auch wieder in der Instanz. Oh, nice. Gib mir mal RSA wieder, wenn du gerade dabei bist. Kann ich nicht, ich muss gerade schatten. Kriegst du's gleich wieder, ich hab's nur einmal. Ah, ist mir so egal, ich chill. Ich glaube, ich raged wegen dem Scherz. Klar. Keine Ahnung, mach den Martin, los. Ich bin gestunt. Ja, genau. Eigentlich, du musst dich entschuldigen, muss ich jetzt gehe ich heim. Wird mir leid, Noxx. Warte, warte, jetzt muss Noxx eigentlich sagen, nee, ist mir egal. Auch wenn du auf mich zugekommen bist. Ist mir egal. Ist mir egal. Die machen alle keinen Schaden hier. Wieso, ich bin noch in der Endkrug. Alex, die machen hier alle keinen Schaden. Was soll ich jetzt dagegen machen? Schreit sie an. Ich möchte jetzt, dass du schreist. Nee, weil der einer irgendwann noch mehr gepullt hat, da. Ist das eine Pato, oder hat der auch behindert gemacht? Der hat mehr gepullt, glaube ich. Ja, ich kann kochen, nice. Wie ist der Heiler? Der Heiler ist gelieft. Wir haben neun Heiler. Ich lerne gerade, introduction, kochen. Cooking. Cooking. Was? Cooking? Ich hab ein Rezept bekommen, zum Lernen. Ja, das lernt man. Das gibt's zwei, ne? Indie. Und? Und Arrested Bonus ist schnell da weg. Bitte gute Arrested Bonus. Den ersten Boss hab ich hier, glaube ich, so gut gesehen gehabt. Aber dann... ... hat der Server abgestürzt auf der Beta. Gar nichts gesehen. Mal nach links gehen hier. Ganzes... ...Boss, die da halt... ...Morokin und gar nichts. Keine Ahnung, ich hatte gerade kurz Akra, mein Tank ist scheiße. Ja, weil ich... ...der eine Mob kein Donnerklar abbekommen hatte. Das ist scheiße, der Tank. ...Wieso castet der jetzt nicht mehr... ...meine Ahnung? Oh, ich dachte, das wäre ein Boss. Mach doch. Spuchtel Warlock. Geht. Können wir das nächste mal bitte alle gemeinsam melden? Ja. Ja. Nicht immer diese Ego-Truppen hier. Oh man! In einer Minute. Das war Ego-Nox, der mich überredet hat. Eine Minute konnte Nox nicht auf seine Freunde warten. Okay, nächstes Mal wenn ich nicht reinkomme und Disconnect bin, dann müsst ihr alle rausgehen, wenn ich jetzt so Ego-Anschlein bin. Du hättest nur eine Minute warten. Ja, das ist ja nicht sicher. Wir warten dann einfach auf dich. 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 Klar, irgendwann kommen wir unten. Das ist sicher. Irgendwann. Ja, ich habe morgens morgens in der Früh und die ganze Zeit durchgezockt, alter. Jetzt hören wir mal zu, Kollege Schnürschuh. Nur weil du Arbeit hast, ne? Das ist nicht so, als ob du hierher rauskommst. Musst du jetzt nicht hier so... Ich muss jetzt drauf rumreiten, dass ich arbeitslos bin. Achso, das war der Flamm-Typ. Oh Gott, wie war der nochmal? Hier ist der Muss. Alter, da ist gar nichts los, der Scheiß. Aus dem Feuerraum. Ich muss hier nicht mal nachdenken. Aus dem Feuerraum, das habe ich gehört. Wie keiner richtig schaden, gar nichts. Ich habe gehört, das war Malte noch zu schwer. Nicht Instanzen. Ja, war es, ja. Das hier war wie Challenge-Mode. Was? Auf der Blizzcon haben die gesagt. War doch in der Reportage, oh ja, die Dungeons, hey, normal ist wie HC und HC wie Challenge-Mode. Und der Challenge-Mode war uns schaffbar. Das ist, das ist normal Shit hoch 10, Alter. Mittlerweile... Ja gut, momentan hat man aber auch noch den Item-Level-Vorsprung von 13.000, muss man auch sagen. Das stimmt auch. Das wird sich noch ein bisschen realitivieren. Momentan fliegt halt einfach alles weg. Das ist ein Boss, oder? Robert, ich habe gefällt. Das ist ein Boss, oder? Das ist ein Boss, oder? Mann, ich habe jetzt alle Cooles gesehen. Ne, ne, das kann man schon mal, das stimmt. Das ist super, ich habe ihn gerade gewohnt schattet, oder was? Der Boss war ja... Ne, da ist überall nur noch Scheiße. Zieht er den... Zieht er den auch mal raus aus der Scheiße? Oder muss man einfach drin parken? Mein Tank weiß nicht mehr, wo es lang geht. Mein Tank bleibt einfach in der Scheiße stehen. Das interessiert ihn gar nicht, dass da alles runter geht. Meiner auch. Wie lange sterben sollen, Alter. Bleib ich, ich bleib doch keiner Scheiße stehen. Du bleibst in meinem Reign of Fire stehen, Alter. Mau, er hat es zum ersten weggezogen. Und zum ersten Mal Regenz bewiesen. Ist dein Tank schon meinem einen voraus. Meiner down. Drei Gold bekommen, Mau. Meiner kickt was. Ich kann nicht kicken. Das weiß ich, du hast doch nicht gemeint. Doch, ich kann kicken einmal. Mit Destro kann ich leider diese Ausrede nicht bringen. Das ist Boss, schätze ich mal. Ja, pull 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 pull. Ja, pull 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 pull. Pull pull pull. Disconnect. Ich ne, ich lauf noch weiter. Oh Gott, es laufen glaube ich alle auf der Stelle, oder? Ne, bei uns geht alles noch. Nice, ihr seid so Egoist. Hahaha. Nö, ich hab auch noch. Der Tank ist auch noch da. Und die Katze auch noch. Ist das der Boss? Geht der gerade hin? Zip down? Ja, wir haben ihn so ziemlich grad... fast one-shotted gefühlt. Ne, hä? Was passiert jetzt? Noch ne Phase, oder? Jetzt das Erdelemental eigentlich? Sie haben mich geäzt. Die hab ich jetzt gerade zusammengepullt. Boss hat 76 EP gegeben. Enorm. Ich bin morgen mit dem Level 1000. Keine Ahnung was hier abgeht und ich mach grad gar keinen Schaden, ey. Zum Anfang da eh nie. Ist so süß. Schau dir was? Du bist ja mit der Teil hier. Ich mach da drauf. Huw, du bist voll behinderten Weg alter, er hätte ich noch aufgehendes zu halten. Das macht das nicht mir. Was macht der denn dann? Wer wartet auf mich aber? Naja, liest die Bücher Nix bekommen Wir haben ein Possessio Mit dem Feuerwehr So ihr Ganz links, oder was? Ne, wir sind nach rechts gelaufen Na und, zurück und dann rechts Ich bin ja wohl bei euch, wenn ihr die andere Gruppe Achso Wir haben die Feuerwehr quasi getötet Der so jemand mit Haro bespürt In der Mitte Ehegeist Nein, links Ja Der ist so'n Feuertyp, der damit herumschützt Wir ranmachen, sonst warte ich nicht Ja, rechts, rechts, klar Auf der der rechten Seite Halt die Ob es machen überhaupt keinen Schaden Wieviel DPS fahren die? Schwarz oder Zinker Aui Da muss noch ein Flask rein Aui Weil ich bin betäubt, ewig Danke Du schaffst Zinker DPS Du schaffst Zinker 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 Kochkunst Ich auch, bei Erste Hilfe Zinker 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 Wir könnten ja mit einer Fünfergruppe hier gerade drin sein. Boah, da wird alles so schnell gehen. Zum Glück. Ich glaube, ich habe irgendwas geloodet. Herzlichen Glückwunsch, Hendrik. Herzlichen Glückwunsch. Tex, tex. Blattekrieg und Masterium. Ich hab' Gold geloodet. Geschittilrecht, geschittil. Das ist, weil du schon Drenur warst und ohne uns Drenur warst. Oh, da drauf. Einfach gepult. Wollt das schiefgehen? Der Healer war doch da, oder? Da kommen Stacheln, okay. Die Tritte weg, okay. Hardcore Boss, Hardcore Boss. Was mich real wundert ist, ich hab meine Wild Dims nicht, wo ich gebüfft hab. Was hast du nicht, deine? Wild Dims. Imps, Imparmee meinte er. Ach, deine Imparmee, Wild Imps. Kann der, wo ist eigentlich irgendwas? Ja, da. Wenn keiner was zu machen. Wo ist ein Ed? Hier hinten sind so Cap- Keine Ahnung, interessiert mich nicht. Ich kann jetzt gleich hinrichten. Ich werde da und gestunt, das haben wir nervig hier als Volokrat, als Destro zumindest. Video abbrechen. Tschüss, Cinematic. Hab ich keinen Bock drauf grad. Hab nix bekommen, Gold. Weiter zum nächsten Boss. Dann jetzt hier rechts dann. Wo, 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 warte denn? Alter, ich trag die ganze Zeit noch diesen Port um. Guck mal. Nach OG. Ich auch durch. Ich auch. Ich auch. Danke, dass du es sagst. Ja, ich sehe gerade, so Herr, der Unwann, der passt voll nicht zum Set, was das? Ach so. Der ist bei meinem Alltied, Bordaufschiff, Gehrer, hier ist ein Schild und das erzähle ich Plattfest, klar. Einfach so erzähle ich. Jo, der zündet immer Schildwoll, im Trash, der hat Angst, der hat Angst zu sterben. Okay, letzter Boss oder was? Schwein. Nee, das ist der vorletzte. Ich will das Schwein töten. Toll Boss. Der macht einen Kugel, der muss immer links, rechts auswählen. Ist voll schwer. Ob die P. Er fordert voll viel Skable im Auswählen. Da hatte ich mir schon. Finger auf Death. Finger auf Death. Da musst du links gehen und dann musst du ganz links stehen, weil es nur ist dauernd. Weil er ist tot. Und das kann eben auch kommen. Was ist dauernd? Alter, ich habe ein E-Mail bekommen. Dead Ledge, I see just went live. Stolz, der da seinen Penis drüber hat. Na, man sieht doch ganz viel Penis. Gucken viele Penisse zu? Ja, vier Stück. Hallo viele Leute. Wir haben aber nicht mal Hallo gesagt im Chat, ich weiß nicht mehr wer es ist. Hallo Viewer. Oh, da kommen die Goldkette. Ich habe gekickt, Alex. Sei stolz. Ich habe Füße. Doch, ich habe Füße. Ich habe auch Füße. Das haben wir Upgrade, ey. Ich habe sogar Hände. Echt das? Was? Ich wasche noch. Ja, ja. Letzte Woche. Eicht. Ich habe langsam Hunger, ey. Was ist das denn? Oh Gott. So ein Pokeball. Oh, ich hab mal gestunnt. Ah, okay. Das ist ja saugeil als Deestro. Das ist ja saugeil als Deestro. Das ist ja saugeil als Deestro. Gut, dass er das Laufen weg genommen hat. Mal casten, gell? Ja. Gold. Oh, der Tank ist durch. Boah, der ist instant. Der was hat nicht gemacht. Genau. Der war instant. Der ist irgendwo drin gestanden. Der macht Spaß, die Indy. Ich gehe nach der Indy auch, ne? Ich habe keinen Bock mehr. morgens. Waren so Level von 95 Sekunden. Gibt ja noch Quits, die wir machen können. Quits. Quits. Quits, quits, quits. Ich glaub so, um 3 Uhr oder so. Dann kann man in Ruhe festlegen. Es ist Moyak-Falln der Mongo, Alter. Bis morgen. Der Mongo ist ja der Moyak-Falln. Ich dachte schon wie es denn gestorben ist. Runtergeschwungen. Lol. Vielleicht wurde er auch gekickt von den Moms, aber. So oder so lol Bongo, Alter Oh, die haben aber gut rein Deswegen hab ich die auch ge-shadow-furied Am Anfang Ich könnte ja mal eine 4 Ich regel jetzt mal ein 4 4 Immuno Alter, Tiere sind übel Ach, du bist immer im Pub-Dank Ich bin still Bock, schön auf Achtung, links ist der Mongo, oder was? Es gibt aber echt so gar keine EP Wir sind im Pub-Up Gekickt? Ich hab auch verrannt Wir müssen unsere Kicks besser kontrollieren Wie können wir die Kicks nicht kontrollieren? Die kommen einfach so raus Woll Dann sind wir bei dir Ich stand gleich Jetzt Nächsten Kick ich kann ich nicht Ich kann nicht Ich hab unterbrochen Den da hinten hab ich gekickt Doch, hab ich eigentlich Ja, der hat chillt Den kann man nicht kicken Das ist ein Produkt Das ist dumm von mir gewesen Und schau mal was der Endpost kam Oh nichts Der fliegt einfach so weg Einfach gepult Okay Okay, am Ende gab's jetzt so ein bisschen EP Oh, gut das End, das Abschließen gibt's so ein bisschen Aber die Instanz an sich ist voll below Was war denn das grad Wieso konnte ich denn grad im Laufen meinen Chaos Bolt machen? Ich hab grad im Laufen Chaos Bolt gecastet Cool Das Elementar Das war ja fresh, der Buch Ich hab was bekommen Nice Ne, Offhand Seine Großmutter Das ist sehr cool, dass ich ne Offhand bekomme Mit der Goldene Wie sieht's hier aus? Guck mal, das ist ein Großmutter Das ist doch hübsch Gar nicht so uncool, mann Gar nicht so uncool, wirklich So ein cooler Totenkopf Aber können wir jetzt rausgehen, gell? Ja, weiß ich nicht Haben die anderen einfach schon wieder ohne uns gemeldet? Wir sind fertig Wir sind auch fertig Ja, wir sind schon 10% jetzt gebracht So, 11% Einmal eben Besser als nix, ne? Besser als ein dunkles Portal Dann geh ich mal so Gruppen und ihr ladet ein So, ladet ein Invite, bitte Also, ich bin nicht, aber Ready? Ja Warst du schon auf dem Zug? Hier kommst du jetzt hin noch Die eine hin geht Die eine hin geht Alex, kannst du gleich mal drinnen im Briefkasten stellen Spam mich bitte nicht voll Boah Das ist Die ganze Scheiße vom Ginger Ich stell die schon, aber hör auf mich da voll zu sparen Kriegst die ganze Post, die du in ihr in Briefkasten steht Muss ich probieren Mach mal mit Druck, mach mal echt Tempo Muss ich mal schnell durchfahren Soll ich Wetter pullen, können wir auch eh machen Mit Wetter pullen? Ja, ja Ja, ja Das ist echt wie Nox sagt, wir sollten echt Gas geben, dann werden wir das hier schon machen Hefe Nox regelt die hier eine Milliarden Ka lic Wir mögen was, was gut da ist, reddit. Ja, eigentlich schon, D-Strober. Ich werd hier dauernd gezogen, gekickt, gesignet. Das ist jetzt lucky von dir. Für mich ist gar nix. Ich denke, Thunderfair wieder ge... 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 alles oder nicht? Ja, das ist alles gesquished. Ich hab grad vorher den ersten Denkstig drin gehabt, der hat Thunderfair und Hancock. Das ist ein Holzkopf dann. Ey, voll. Es ist zwei Wochen zu spät in der Ecke. Ugo, weiter, weiter, weiter. Charge recht mit der Trommel. Hm, hm, hm. Thunderfair, bringt nix cool. Vielleicht zum nächsten... Oh, ist gar... Das ist noch nicht der Bus. Oder? Nein. Nein. Lukas vorne schon alle coolen Zwischen. Werde Curz oder Freedom braucht Saks bitte, gell? Ich seh zwar wie... Hendrik braucht Freedom, äh, und alles. Bitte. Hendrik. Nein, da wird Bullshit. Wir wollen nur, dass du mir SDS gibst. Ich sag... SDS auf Hendrik. Hier weiter. Ja, SDS sind Friede oder nicht? Die eine Hälfte der Gruppe geht rechts, die... Alex geht links. Ehh, ich hab doch gesagt. Ja. Wann geht nur den Tankbinder hin? Ja. Kurz einfach alles, Jungs. Was? Los, machen wir die Gruppe jetzt auch mit dem Bus. Der Bus kann ja auch nix, oder? Nee. Ja, okay. Hau rein. Wollen wir noch mehr jetzt? Ja. Uh. Oh, das ist ein schöner Crace. Am Boden. Boah, der hat die Klappe... Nee, der hat die Klappe. Ah. Shit. Noo. Wie wissen wir dann eigentlich, ob das... Lande gehen? Hm? Achso. Wann die Server wieder gehen? Ich hab ne Ahnung, wir müssten wir irgendwann einfach mal... Ich hab auf den Twink. Ich hab auf den Twink. Und schau, ob du Katja findest. Ganz einfach. Schön mal der Lootung. Leather. Personal oder was? Personal Loot, Personal. Wollt ihr wirklich Personal drin haben? Ist das viel besser, oder? Nee, Personal ist eigentlich voll dumm. Weil so könnten wir noch Sachen hin und her schieben. Wenn Personal ist, dann kriegt einer irgendein Bullshit und kann's glaub ich auch nicht mehr weggeben. Alles klar. Personal drin? Ja, mach nicht Personal. Mach doch nicht Personal. Wenn du Personal machst, dann kann du es nicht mehr hin und her schieben. Na, stimmt. Aber so kann auch Leder droppen halt, ne? Und das bringt uns mal an. Bist du sicher, dass wenn Personal drin ist, gar kein Leder droppen kann? Dass der Loot dann anders aus ist? Es gibt auch Personal. Ja, du kriegst nur da. Es gibt auch Bosse, wo nix drin ist dann. Ja. Es wird das gleiche rauskommen, Alter. Ich glaub der Loot ist derselbe, nur das Looten ist halt anders. Ja, probier'n jetzt da nicht zu schlägen. Gar nicht. Oh, wo am Boden... Das ist Bloodmouse Slagman. Defeat... Eine... Bloodmouse Slagman. Ach so. Ist schon leid. Ist schon leid. Lauf weiter hier. Ist schon leid. Wir haben oben noch lange nicht tot. Ja, egal. Ich hinrichte ihn grad beim Weglaufen. Alles gut. Jetzt werde ich schon wieder so hin und her vergewaltigt hier. Wir haben ganz kurz... Wir haben auch nix Gruppe. Ganz ganz kurz, Afka. Alter, der geht einfach nach Afka. Wollen wir einen neuen DK suchen bitte? Fick dich! Geht mir so oft die Eier, dauernd Afka. Alter, schon wieder gestunnt. Ach, der hat 10 Sekunden. Ah, echt klar. Geht's, alter. Ich... Nox... Ich hasse Nox. Ich hätte was essen sollen, wenn ich ankommen bin. Fuck. Ich hab auch gerade mal Hunger. Ähh... Und ich hatte... Wir haben so viel Nashi hier, Mann. Aber ich hab voll gern Hunger auf die ganze Nashi-Scheiß. Ich will grad was essen. Ja, genau. Boah, ich will auch nur kurz ein bisschen was... Ich kann dann auch nur kurz ein bisschen nebenbei was essen. Ich bin schon wieder da. Echt... Kein Bock jetzt, Afka zu gehen hier. Ich kann endlich was machen in Viode. Lieber verhug' mich. Ich kann auch nicht einfach hier Daniel Damageplatz 1 werden lassen. Das geht auch nicht. Go, go, boom, boss. Go, 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 go. So... Und das war der Pimmel, der gar nichts konnte. Es kann kein Boss nehmen lassen. Der konnte besonders wenig. Ja, ich hab ja Ankleber von 2. Ja, der Tank ist Hammer, der Gimmel, Mann. Ja, würde er noch einen Tank nehmen? Wo hast du... Die hast du extra gepult. Die waren nicht vorbei dabei. Doch, du hast die dahinter gepult. Gibt's... Alter, dann könntest du die mal in einem Pool haben und nicht hier... 5... Ich musste die von Daniel Apfel, du Pisser. Jetzt komm ich hier zu gar nichts, Mann. Oh Gott, der verwaltigt mich. Was ist jetzt? Ich bin irgendwie eingesperrt im Stein. Ja. Kann ja, Ruf Hotline 1, 2, 3, Stein. Oh, da kommen die Skaties. Und die beretten mich. Stimmt, die gibt's da jetzt auch wieder ne. Komischen Vogeltypen. Und du? Oh Gott, der vergewaltigt mich wieder. Nein! Nicht sowas! Dick. Was ist denn dauernd gefühlt? Mh, dauernd irgendwas. Das dauert jetzt dieser Stein-Scheiß wieder grad. So geil. No. Der Tank knallt hier wieder wie... Ja, ja. Ich doch. Also, DK austauschen, nix über den der gedowned AFK. Weil ich nur über den, der hier noch extra Mops gepult hat. Warlock austauschen, der Pult immer und der Tank, da kommt nicht mit. Only in Situationen. Oh, Klatte. Oh, das ist Personal. Ich hab irgendwas bekommen hier. Ich hab auch was bekommen. Ich hab irgendwas bekommen, auch Personal. Ich hab Lacks bekommen. Ich glaub Personal ist doch Personal. Und die sind 130er. Boah, das sind echt andere Loot-Scheiß-Scheiß-Sche. Da kriegst du da eine Art hinter. Was nervt dich, Nox? Nimm Matic nach dem Possima. Ja. 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 Du musst doch runter, Daniel. Oh, go. Der Pult da hinten vor allem. Ich seh's da. Alter. Ey, Pult. Warte, lass mich da. Warte, lass mich da. Ey, komm mal her. Er ist einfach den NPCisten hergerannt. Ey, wie so'n, äh... So'n Star-Typ. Ja, Bull, ey. Gib die SS und steh auf. Wollten den Kraut treffen. Wollten den Kraut treffen. Ist gut. Oh Gott, wir haben einen Ad. Er fährt damit Feuer, Furz weg! Lauf! 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 Was? Alter, können die Ads auch mal einmal aufm Fleck bleiben. Das ist okay, Leute. Das sind Karster. Was soll ich machen? Die Karster. Ich rede doch nicht zu dir. Bist du Mobs oder können die Mobs? Fühlst du dich angesprochen, wenn ich sag' die Mobs? Ja, du hast vorhin ja die sollte sortieren hier irgendwie. Mobs. Alex, du Mobs. Das hab' ich nicht aufgepasst und versiert hier. Also ist hier schon wieder einer, der dich hat. Keine Ahnung. Der Tank ist so richtig schmoddernd. Äh... Also die Random-Gruppe, die ich kaff' immer besser. Ja. Fick dich. Der soll Challenger drehen. Sehr motivierend, ey. Der muss ja auch mal wieder Demon beschwören, weil... Da kann ich ja auch mal wieder Demon tanken. Ja? Ohohohohoho. Bitte weichst die Kugeln aus. Ich heal nicht. Was passiert, wenn ich so einen Kugeln parke? Dämmst du bis dann, du? Chal. Naja, haben bisschen. Geht. Kann man auch parken. Ah ney, dieses Kugelnausweichen, meine DPS ist zu viel. Ja meine DPS ist dann weg, komplett. Wirst du kurz hinter geschoben. Die DPS ist dann beim Destro einfach weg, bei dem Kugelding. Ich müsste die Portale stellen, aber da kam ich auch wieder nicht zu. Pull weiter, ein Mob. Ja, bitte, Alter. Nock schläft sonst auch ein bei so einem Mob. Ich glaube auch die sind, äh... Ich will auch im Laufen was machen. Es wird mir eine Freude sein, euch zu berechnen. Ich kann eben aufhören meine Mobs zu hinrichten, die ich hinrichten will. Was schreibst du eher? Wo hast du denn? Ich habe mir aus Versehen auf die Whisper. Ja, komm. Wie Whisper hast du denn noch? WTF? Shadowfury. Rain of Fire. Was ist das so? Das ist so eine Gruppe, wo ich irgendwie nicht zum Schaden machen kann. Warum auch immer. Und ganz selten habe ich echt noch diese Warlock-Krankheit. Ich hüpfe einfach während des Garstens, weil ich denke, ach... Geht ja. Fuck. XFK. Nee, ich pack voll Gas da drinnen, Alter. Hm. Henrik. Ja. Entschuldigung, ich hatte was... Am Mund. Alter. So jemand will raiden, ey. Klingt so ultra-gay. Ist grad Besuch? Mhm. Mhm. Ein Nachbar. Mhm. Ingeholf. Oh, Schultern. Schultern, Schultern, Schultern. 503... Nicht quitten, ne? Wir können von hier anmelden. Ich hab schon gequittet. Hm. Wir sind doch Idioten. Habt ihr doppelt Ladebildschirm. Das kostet Zeit. Ja, alles Zeit. Eigentlich, ich glaube fast das geht, Alter. Warte, wenn ich schau, bei Guilden sind alle Tarnan-Jungle. Das sind nur GP-Tal. Ich hab das jetzt Dienstag, äh, Testo-Versogen. Probier du mal Testo, dann. Ich weiß nicht. Ob es halt, dass das schon geht? Warte, wir können... Ja, wenn wir hinfliegen und dann disconnecten, ist halt... Frag mal, warte mal. Frag mal einen Channel, dann. Ja, der Channel. Der Troll zumgeknitten. Gilden Channel. Nö. Gilden Channel, troll ist halt nicht... Das ist das Fühl zum Treuen. Das ist's. Ja, jetzt kriegt der keine Antwort. Na, jetzt kriegt er keine Antwort. Ja, jetzt kriegt er keine Antwort, weil er denkt, er hat schon eine Antwort. Ja. Hammer, geil. Fick dich noch. Ja, frag doch mal, wer mit echt jetzt oder so geht. Alter, ich geh da rüber jetzt, mir wurscht. Das heißt, wir schauen jetzt, ob es geht. Ja, warte, 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 noch geschaut, ob es geht. Geht das Risiko nicht ein, wenn er davor fährt? Ja, es geht und dann lockt er uns alle dahin, ey. Dann fahre ich nach Kärnten, persönlich. Geht mir da nicht, tut mir leid. War schon weg, Manu. User was moved out of your channel. Hallo? Jetzt moved ihn noch nie wieder raus, Mann, bitte. Äh, erst jetzt, als du die früheste Lande gehst, ich bin drüben, ich kann gar nicht so weit chillen. Ohne Ladebildschirm oder ohne... Manu, bist du schon an Questen, oder was? Nee, ich bin Indie machen, schon zweite Runde. Es geht aber, ich bin jetzt früher. Okay, wir waren jetzt auch Indies die ganze Zeit. Ja, schauen wir mal, ob es geht, sonst mal wieder versuchen. Also, warte jetzt noch, ich mach jetzt die erste Quest da, dann sag ich halt. Ja, ich bin Level 91. Es geht. Ja, ich sag, ich beat's doch nur an, Alter, Fickzeug. Ich hätte noch eine wilde was sagen können, aber nein, du kommst ja daher und du sagst. Was ist denn Medic vom Mage da? Ich versuch's auch mal. Ich mein, wenn einer da verbuggt ist, dann dauert uns eine ETH, oder uns alle da, bis der wieder da ist. Also, ich bin auch zu Fort Blasted Lands gekommen, instant. Wenn einer verbuggt ist, wird er angemeldet. Ich hab schon mal tausende Mails vom Postmaster, für jeden grauen Penis, den ich nicht geludert habe. Alter. Ich auch. Guck, der übernimmt das für mich jetzt, Alex. Das kann ich dem Briefkasten gar nicht stellen, ey. Da feine neulichst du, oder? Junge. Ach, der war beim Friseur extra für dich. Schön, dass das dir aufgefallen. Oh, Mann. Was darfst du nicht deiner Freundin erzählen, wenn du bei der das mal wieder nicht siehst? Ich glaub, Leibbildschirm vom WOD euch jetzt so. Es läuft gar nichts, hat wer geschrieben. Was? Hat jemand im Gilden-Set geschrieben, es läuft gar nichts? Ich hab jetzt grad gar sofort gesehen und hab jetzt den WD-Ladebildschirm. Ich bin schon im WOD. Und da, da sind die Instanz. Na, okay, ich fick rüber. YOLO. Also, ich hab Leibbildschirm. Ich hab die auch mal an, der Ladebildschirm? Also, ich habe Ladebildschirm. Also, ich habe leeren Ladebildschirm, kurz auf K. Also, er hat leeren Ladebildschirm. Ich mach jetzt Popcorn, Alter, fickt euch. Also, Nox, macht jetzt Popcorn. Und fickt euch. Uh, mein echtes, echtes... Warum sind eigentlich auf Gul'dans, äh, Ding, Menschenschädel, wo es doch gar keine Menschen gibt, dass wir hingekommen sind? In Outland. Das ist eine sehr gute Frage. Das sind keine... Das für Orcs sind zu klein, nach Draenor sieht's auch nicht aus. Gibt's irgendwas menschenähniges sonst noch, weil... Oh, Luxor. Oh, fuck. Oh, Draenor ist klar, das Screen. Ja, das sind definitiv Menschen-Schäle. Wo? Auf Gul'dans, Cop. Nee, bei euch der Ladebildschirm mittlerweile auch? Aber wo, ne? Ja, aber warum... Das... Es gab keine Menschen in Draenor, Nox. Genau. Wir sind so gesehen die Ersten gewesen. Gibt vieles, aber... Wessen Schädel sind das da? Ja, das ist die Frage. Das ist Dämonen. Und unten links, im Hintergrund, da auch. Wessen sind das? Und... Vielleicht sind das Dämonen. Und die kleinen Schädel um seinen Hals sehen, wie wenn die von kleinen Noxus wären. Bichtl-Schädel. 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 Nox-Schädel. Das ist Kinder-Orcs-Schädel. Die haben einfach ihre Kinder umgebracht, weil sie aufgespielt haben. Also wir sind voll der Ladebildschirm jetzt, gell? Ja, voll, aber immer noch Ladekuss. Ja, GZ wird ein Indie weitermachen, so viel Spaß. GZ? Wie viel Prozent habt ihr überhaupt... Iman, Nox, ich bin erst mal 40-50 oder so, weil ihr behindert seid. WorldServer Down kommt sicher gleich wieder. Hör auf jetzt. Es sind schon voll viele Erkrankungen. Ja, Charakterbildschirm, WorldServer Down. Och, maaas. Also so schlimm war es aber noch nie, Alter, bei keinem Erdor. Ich hab wirklich meinen Imps vor allem nicht. Ah, ah, da jetzt ist der Imps von Metaglyph ist bei General dabei. Ja. War das schon immer so? Nee, ich glaub nicht, aber jetzt der Impage, ja. Oh, das ist ja eine Kacke. Oh, der Ladebeut fühlt sich vermutlich. Ah! Wenn er voll ist, geht dann, wird er so. Ich hab vollen Servernach... äh, vollen Ladebeut schon gemacht. Ah, wie passiert nichts, ey. So, passiert gar nichts. Oh, ich bin ruhig. Oh, ich bin online. Oh, ich auch. Und pisse euch. Ich hasse euch. Aber es lag, also. Geht auf, bitte. Als ich vor zwölf eingeloggt bin war ich das lange 1200. Ich so, nein! Vielleicht geh, glaub ich, wieder zurück, oder was soll ich noch machen? Weiß nicht, bleib doch da. Dann melden wir da gleich einmal INI an und dann bleiben wir für immer wieder in INI. Dann melden wir halt immer aus der INI halt an. Wird hier voll? Ja. Er legt halt extrem halt. Er versucht irgendwie so einen Hound und so. Er legt halt ein paar Sekunden längst. Die Quest abgeben, da fehlt ja oft... Quest abgeben ist... Der sollte angeblich hier in mir sein. Er ist irgendwo. Der ist in der Mongologe. Ah, Khadgar. Okay, das hab ich gemacht. Wohl drinnen, vielleicht wieder mit Khadgar, jedenfalls nicht. Okay, dann musst du dich, wenn du mit dem Gerät hast, dich total. Ja, und dann muss ich die Quest drinnen irgendwo abgeben. Alles, was ich sehe, ist ein Picknick Corp zum Anklicken. Es werden immer mehr hier auf einem Fleck, ey. Ah, leider. Alter, die haben's doch echt wieder verkackt, man. Es wird schon zwei Stunden ordentlich kacken. Kann 100 sein. Langsam reicht's, ey. Wir sind jetzt alle wirklich auf einem Haufen, Alter. Ja, haben sie halt richtig verkackt. Ich weiß nicht, ist die Allianz auch eigentlich da an dem Haufen? Ja. Ich bin endlich da. Es ist hammerdumm. Das ist so dumm designt. Ganz ehrlich. Wir sind auf Blackmore. BVP ohne Ende. Stell dir vor, du bist hier einfach Ali, Mann. Guck mal im Gilden-Chat. Die haben doch ihr eigenes Startgebiet. Fuck Blizzard tun und so eine Fotzen-Scheiße. Ich hab den Chip-Wort-Filter an. Ich auch. Ich hab Katka gefunden hier in diesem Haufen. Wattwattwattwattwattwattwattwattwattwattwattwattwattwattwattwattwattwattwattwattwattwattwattwattwattwattwattwattwattwattwattwattwatt. Ich weiß nur so, es bringt grad wieder nix hier. Hast du den Monge gefunden jetzt? Man kann auch schon gar nicht genießen gerade, wie das hier aussieht und so. Aber einfach, wenn man das aufkriegt, ist das... Der scheiß nicht. Ich hab Katka gefunden, ich hab auch schon auf Complete Quest geklickt, aber weiter bin ich nicht gekommen. Und ich hab auch noch keine Anmeldung für die Mini-Arg. Was ist denn hier? Ist Katka da vorne? Ich hab sogar im Allgemein-Chat grad geschrieben. Ganz am Anfang von Top-Marsitz. Ich hab ihn, ich hab ihn. Rechtsklick gemacht jetzt. Guck mal, selbst im Allgemein-Chat, das lädt eh ewig an. Es kommt nicht an, im Allgemein-Chat eine Nachricht, WTF? Doch jetzt dann. Doch jetzt, da. Ich kann abgeben, Komplett-Piest. Guck, man. Das hatte ich auch. Alter, wo ist er denn? Wo steht er? Am Anfang der Treppe genau in den... Genau neben mir. Wenn du mich anschaust, genau neben mir. Weil der Alex hat auch so'n riesen Mongo-Mount draußen. Der ist vorne noch ein kleiner, der noch größer als Mongo-Mount hat. Der steht genau drauf. Ja, jetzt lädt er erst, der große Mongo-Mount-Wichser, man. Ja, okay, ich hab ihn. Aber ich kann ihn nicht rechts bringen, der lädt sein Chatfenster nicht. Ich konnte abgeben. Legionär Zane. Oh, die Quest! Äh, die An- Äh, die Inni. Ja. Ich will hier weg, Mann. Wir sind noch auf den Ladenbildschirm warten. Ich bin auch froh, wann wir wieder weg sind, ey. Ja, hier läuft's nicht. Boah, hi, hi. Ihr habt die Quest anwenden können. Ich hab sie abgegeben. Ich bin grad am abgeben, eigentlich. Ich hab schon, ich hab schon dreimal auf annehmen geklickt. Die neue Quest. Ich hab abgegeben, glaube ich. Ich hab sie. Ich hab die Dark Portal. Ich hab sie. The Dark Portal failed. Scheiße. Läuft, würd ich sagen. Ohhhh, Ladebecken. Ohhhh, Ladebecken. Gleichzeitig, ich hab die Quest noch angenommen, die neue. Ich hatte mehrere Quests und nur eine Mann und dann neue. Eine. Okay, dann hab ich die direkt. Der Ladebecken füllt sich nicht bei euch. Hm. Ne, das dauert, weil der uns erst aus der Instanz da wieder rausschiebt. Wir hatten mal ein Ladebecken, Alter. Hallo Machine. Ne, irgendwas. Das fände ich. Ich hab nur den Ladebildschirm halt ohne... Der Ladebildschirm. Lädt nix. Na, geht doch. Warten mal. Ich höre auch noch den Hintergrund, wie sie alle auf dieses Ding haben bei der Quest. Die Quest angenommen, man. Das bin ich ein Leibchen scheißer. Das bin ich ein Leibchen scheißer. Wow, es passiert einfach wieder gar nichts, ne? Warten. Der Porto ist halt hoffentlich ins Fenster. Wird schon... So was sonst machen. Wenn er bei mir Ruhestellen macht, dann bin ich wieder so noch. Oh, klar wird schon voran. Yes. Ich bin drin. Okay, dann pushen. Bin drin. Ihr, ihr müsst warten, ich... Jaja, klar. Du bist der Heiler, also machen wir jetzt so. Naja, ich sag ja nicht, dass ihr so ein Zockst, äh, bist der Heiler? Wo ist der Heiler? Warte, ja, nö. Check it in your challenge. Irgendwie hat gepult. Ja, so lange, wenn ich zu viel pulle, sollte das gehen. Jetzt bin ich da. Ich bin da, go go. Pull mehr. Ich bin Retrie geskillt. Pull nicht mehr. Echt Retrie jetzt. Ja, man. Ich muss... Ich hab gar nicht gepult. Ich hab auch nichts gemacht. Ich hab gehofft, dass jemand stirbt. Ja, man. Ich hab gepult. Aber Henrik hat Alkohol gehalten. Der saufende Jack Daniels Flasche instant... ...auf X runter. Mama. WTF? WTF? Können wir... Nochmal für wen der noch gebraucht werden. Okay, dann tisch. Gut dann. Nox Ray? Ja, der noch stirbt. Ja, oder? Kommt auf deinen Körper an. So gewohnt ist. Whisky, Alter. Wenn du jeden Tag ganz viel Alkohol trinkst, dann gewürzt du dich dran. Alter, ich... Wenn ich zwei Bier saufe, dann... Alter. Wo ist denn dein Pad schon wieder hin? Ne, was du mit deinem Pad wieder machst. Ich hab grad gesummert mit der Instanz-Eingang. War Alex immer... ...kommt nicht geteilt. Wahrscheinlich. Du hättest ein feigelassenes Pit. Ne. Ich würde dir empfehlen, von deiner Wache vielleicht mal das Spott auszumachen. Mal. Lalalalalalalalalalalalalalalalalal. Vielleicht ist das hier an. Gestannt 8 Stunden. Und nochmal 8 Stunden. Wie viel Prozent habest du vom Level? Achso, sorry. Ähh... 59. 24. 40. 24 24 24 Er hat keine Questab gegeben Ja Das ist ja unnötig 24 Warum hast du keine Dedys gemacht? Zu fahren Weil voll der Aufwand Super schnell Wir sind einfach durchgefahren und haben alles gestorben Quest dann fertig Keine Ahnung, die beiden haben kein DPS gemacht Ich hab geregelt Ja 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 Ey da Warlock Weiß hab ich echt Hunger Verdammt der Scheiße Stinkt mir Demo hier gerade was Soll ich rumskillen noch? E-Stops mir erstatten wird Was gibt's da noch? Ich bin Demo gerade Sieh alles ich versuch hier immer anfangen zu casten Der stirbt der Scheiß immer Cast es stirbt schon Ich krieg gar nichts rausgeschossen grad Tut mich leid vor mein krasse DPS Das geht gleich wieder D-Stron Dann fick ich deine Kack DPS Ja jetzt hab ich 5 Jahre gefield oder was Ich bin ab und ich bin schon Ich bin schon mal Ich bin schon mal D-Stops Ich bin schon mal Oh, ich hab neuen Staub, ope. Ope. Er braucht ne Verdauung. Also, bitte lass mir erst das coole Zeug weg, wenn das blockt. Ja, ich brauch Schneidereizeugen. Schnapp. Ich brauch Eerzeuge. Ich brauch Eerzeuge. so kein bergbau anex ich habe bergbau hendrik hatte gerade vorschlagen ich habe bergbau nur für gold ich könnte dir all mein bergbau schicken jedes mal was ich einsammeln und so ist das einfach für ein freundschaft ich könnte dir auch alle meinen bergbau schicken alex und du kaufst mir das auch könnte ich auch mal habt ihr alle bergbau normal normal kette die keine demo geht mir auf die ab bitte nicht hier oder so ein scheiß mach ich hab schon wieder hier gemacht ja ich hab's gewonnen wo bist du denn kann ich sie nicht geben jetzt ich muss mal kurz scheiß drauf dann habe ich jetzt die demon gab beschwöre ich kein 9 muss man den boss rechts eigentlich machen oder kann man einfach weiterlaufen nee du musst machen was du ziehst die davon ist die wauer ok du gleich hat die ganze gruppe da alles zusammen kack ich muss ja neu beschwören jetzt beschwöre ich mit dem feuerfurz an die gar nicht feuerfurz ich mach den einfach nie aus dann wird noxen bieten auf den hexer ich hab angeruch ich hab angeruch ich hab angeruch vielen dank naja ja danke ja danke oh ja und die zieht jetzt komme ich zu den mobs die mich wieder ziehen und wo mich die erst so grad haben wir an testen alter ich spiel wie warry man nicht lock um du spielst wie schlumpel ja ich spiel stumpel mein stumpel macht schaden leider nicht stund mein undi macht aber damage du gehst da naja 8k dps ich hab keinen legendary umhang ich auch nicht ich denk den hast du noch ja mein wori hat den ja genau ich dachte du mit deinem dings hast du den auch nein ich habe keinen legendary umhang und ich bin die beschissenste klasse ingame herzlichen glückwunsch hendrik du bist vor mir herzlichen glückwunsch ja ich will nicht auf platz eins will wenn ich lebe 100 bin und 5 solcher mit dann das ist aber jetzt und das ist auch jetzt schon du bist jetzt schon auch unten du hast es gab es stumme simuloks von level 90 du Pimmel und da ist auch der schwule warlock ganz unten du bist 10k 10k dps vor uns ist ich schaff nicht mal 10k ich rede von äh dingsverhältnisse wenn alle dasselbe gear hätten ja wie soll ich denn 10k vor dir sehen wenn man nicht mal 10k schafft denn du schaffst 10k du hast item level von 5 mann ja genau ja surprise viel weiter ich kann da was droppen in der indie oder bisschen was warte hast du den einen hier noch und schon ne hose ja daneben brauchst du noch ja so viele mit ne hose mit ne hose kommst du weiter zusammen mit dir schau da ist ein schönes kreischen wohl aller recht kannst du dich mal da muss ich machen ich würde ja so reflexartig rausgerannt wenn ich es gesehen hab warte mann kann ja mal aufhören mit der pimmel- kacke henryx hau 4 stun hmhm das ist schlimm grad mir egal nicht im vorteil grad ja ich werde auch gefiert und gestumm Ja, bei uns wird der ganze dumme Acht-Sekunden-Cast hier von Chaos-Bolt abgebrochen und so. Was wird bei dir abgebrochen? Ja, stell dir vor, das ist in der Simulation oder in der Scheiß-Berechnung mit einbegriffen. Wieso ist das noch nicht behindert? Klar bist du behindert. In SimuCraft ist nur Patchwork, ist umstehend. Ja, in SimuCraft, aber Malte. Malte hat extra im Video gesagt. Malte, ich sag's dir immer noch mal ganz doof, ne? Malte rechnet gar nix. Malte hat fünf Jahre lang undead auf unten gelassen und hat gesagt, der ist fein. Nee, das war irgend so'n Troll oder so. Ich hab schon wiedergegeben, das tut mir so leid. Alter, ich sag's extra an, Alter. Ja, Alter, ich hab dir drei Items. Aber die kann er doch handeln, wenn er hier macht, oder? Ja, ja, ja. Ja, ich kann ihn dir handeln, aber er rennt immer weg. Aber wieso machen wir nicht Personal-Loot? Gibt's denn nicht mehr? Na, na. Wo ist Knox? Mach dir immer dieses Schwein. Wo ist Knox? Ich weiß nicht, irgendwo hat das angegeben. Der hatte dich im Target, würde ich sagen. Ja, weil Hendrik dahin gerannt hat und hat den angegeben. Ich suche Knox. Knox steht hier hinten, Mann. Bist du eigentlich blind? Ich kann's nicht handeln, ich kann's nicht oben reinpacken. Kannst du unten reinpacken. Ich hab ihn grad ein cooles Blouse-Item gegeben. Hä, irgendwie das ist hier hingewunden. Keine Ahnung. Ich hab Knox nur nix weggewürfelt. Ich hab ihn einmal in der Sache weggewürfelt und ihn grad gegeben. Guck, sauer sein auf Hendrik, bitte. Na, ist das eingemischt, bitte? Bitte sauer sein auf Hendrik. Ja. Danke. Ich hab ihn gestiegen sind. Fühl dich bei mir. Gift die Knie. Go, go. Weck dich. Nimm wieder was in den Mund. Nimm mir in den Mund. Nimm mir in den Mund. Schnell mir den Salat. Schnell mir den Salat. Was Alex für ein Spielchen macht, der hat jetzt hier eine Puppe. Das ist ein Kissen. Elzine steht nur rum, ich seh das. Der hat 8 Stunden sein Teleport rausgesucht. Ich hab's... Ich hab's genau gesehen, doch, doch. Ich hab's gesehen. Der stand nur rum und auf einmal kam das. Auf welche Shortcuts ich beim Demo den Podcast habe. Ich komm nicht hin. Ich hasse Destruierenden. Nee, der Mundstück. Mehrfachschlag, Bonusrüstung, oh mein Gott. Herzlichen Glückwunsch, Alex. Bonusarmor ist gut, oder? Alex, ja. Der ist das genau... Lukas, weißt du, wie gut Bonusarmor ist? Besser als Stärke. Für den Def. Weißt du, wie gut ein guter Tank ist? Besser als ein guter Tank. Pull! Mach doch. Mach mal ne Waffe dran nehmen. Mach mal ne Tünkel dran nehmen, oder? Dann macht das... Nachlevelhunde. Oh, lass mich das doch kurz dran nehmen, Pisser. Piss mich nicht so an! Wenn der Bossdown ist... Du musst mal Zeitkalkulierungen machen. Wenn der Bossdown ist, hast du ca. 10 Sekunden, 20 Sekunden Zeit, das anzuziehen. Alles geil, MOPs raus, was haben wir? Wir grinden Inis. Ja, also ich würd kein Mann mit der Quest... Vor allen Dingen ist MOP drauf. Ähm, ich würde echt keine Quest machen, das geht ja nicht. Wie ist gerade? Nun, wie läuft? Du sagst uns, dass wir jetzt nicht mal leckt. Es leckt noch und hier farmen alle einspawnende Mob ab und naja. Hast du den ersten Quest überhaupt schon abgeschlossen? Ja, hab ich schon abgeschlossen. Ja, ich mein In-Drenner. Ja, In-Drenner. Ich hab die zweite Quest angenommen. Ja, und die zweite Quest versuche ich gerade zu machen. Und irgendwie hat die auch noch. Ja, wo man diese Statue oder so kaputt hauen muss. Was? Nee. Ja, du musst erst so einen Mob töten und den Brief holen und dann musst du eine Statue töten. Hallo, ich bin da noch gar nicht. Ich Spoiler-Alarm, bitte hört auf. Ja, das Geile ist, an dieser Statue, die kaputt gehauen werden muss, stehen halt so 50 mehr, 100 Leute und hauen alle da drauf. Und wer es kriegt, der kriegt. Genauso scheiße wie damals bei dem Mob-Schiff liegen da. Wer die Explosion kriegt von dem Schiff, der kriegt sie. Ja, ist halt hammerintelligent. Ich würde am Anfang einfach erstmal so ein großes Gebiet machen und einfach erstmal nur so 10 Kill-Crashs machen. Und dann musst du halt, die spawnen dann halt wie die Würstchen einfach nach. Alle zwei Sekunden, blablabla. Ich fand das gut gelöst im Wattel, zwei verschiedene Gebiete, wo die ankommen und so weiter. Es sind doch zwei verschiedene Gebiete. Woanfang nicht? Natürlich. Die Allianz ja stehen woanders. Ja, aber nach dem Portal. Nach dem Portal erst. Der Dschungel ist dasselbe für beide. Dann ist die in Shadow Moon Valley. Wir haben auf dem Server allerdings keine Allianzler, die woanders sein können. Ja, also. Ich stelle dir mir vor, da steht ein Allianzler, bitte, in dem Lag. Der ist so ein Matsch-Pumpe. Die Stoßzahlen sind auf ErdA20, alles online und so. Alex, mein Klingenbüffel geht schon 30 Sekunden. Ich habe Minus-Anzeige, Minus 30, Minus 50. Nicht rausgehen, denk dran. Oh, will ich den haben? Oh, der ist cool, die Magie. Nicht rausgehen, nicht rausgehen. Nicht rausgehen. Einfach anmelden, einfach wieder anmelden. Schild, auch ein Schild. Oh, ein Schild. Eine Sterbjogne. Besser als meins. Besser als meins. Jetzt drehe ich mich schon eine Minute lang. Naja. Also, leave'n und quest'n, hört sich gut an. Ja. Du drehst dich nur noch von 90 bis 100. Und irgendwann, oh, jetzt bin ich Level 100. Jetzt schalte ich's mal wieder aus. Ich muss aber sagen, langsam wird's auch ein bisschen lang, man. Wieso, Auger sind doch einmal geil, man. Aber vor wie bei Cartoo, ey. Der Auger-Grind. Und die warten alle auf ein paar Mobs. Ich find das geiler, als draußen sich da und zu drehen und auf ein Mob zu warten. Ja, schon. Wow, ich hab mein erstes Mal Tuch bekommen hier, glaub ich. Ich glaub, das ist so. Oh, es gibt mehr. Combine with Zins to restore this item. Grantsville. Ja, man, das ist mein erstes Mal Schneider-Riding. Nice. Aufgerutschdrehen ist ja geil. Da ist ein Mob. Alter, ich hör' mal nur nicht. Er ist leise. Ich hör' ihn, ja. Aber du, er ist leise. Ich glaub, ich hab' ihn sogar Dezibel hochgedreht. Trotzdem ist er leise. Und wie viel jetzt, wie viel haben, wie viel haben Geer gemacht? Nicht für was? Ach so, Geer, ich hab' nicht Geer gemacht. Ich hab' einfach gepasst, hab' ich. Ja. Für meinen Freund Nox. Danke. Entfällt's? Ich war gerade am Tekken-Shirt, ich weiß nicht, was ich gedrückt habe. Er hat einfach gedrückt, wie Arthur Spooner, der Sau mal ins Telefon gegangen. Ich glaub, ich hab' einen Mob markiert, oh mein Gott. Nee, doch nicht. Hoffnung weiter, ne? Was ist denn jetzt hier los? Mob war das doch auch nicht so schlimm, dass man gar keine Mosse bekommen hat. Aber nur, dass mit dem Flugzeug danach ging alles butterweich. Was ist Versatility überhaupt? Ah, immer noch Level 90. Oder? Minus Damage. Das ist alles lag, du kommst nicht voran. Wir können nur Indies grinden und es gibt echt wenig EP, aber ansonsten, kannst du nicht leveln. Schubidoo, ich wünschte ich wär' so Destro wie vor fünf Wochen, yo. Wuhuhuhu. Laufen, yo. Alter, ich komm nicht voran. Das stinkt mein DPS, ich auch will. Ja. Das wär' mir so peinlich, als Dicker hinterm Denken warlock. Einmal den Pimmel lutschen. Jetzt wirst du grad vor mir fackt, weil du AE da vorne machst. Ach, das ist AE. Ich will auch AE. Nooo. Ich krieg dich nicht mehr ein, würde dieser Gruppe. Fuck. Nein, ich kann dir nicht, den Pimmel lutschen. Lauts deutschen Gesetzgeberwerte ist Instucht, das ist illegal. Na, aber du könntest es trotzdem tun, ob es dann illegal ist oder nicht. Nein, das wäre illegal gegen meine moralischen Grundsteine. Wir müssen doch nur über die Grenzen nach Dänemark, wenn es ist erlaubt. Nein, da ist es mit Tieren erlaubt. Hast du nicht gehört, dass es da irgendwelche Tierpuffs gibt? Ja, das ist... Ist es echt? Ja. Die Dänen sind übelst, die Tierficker. Ja, ernsthaft, da fahr da rüber über die Grenze. Erstmal sind überall Sexshops und dann kannst du da in die Sexshops, da gibt's überall Tierpornos. Ich will bitte ne Ziege. Da weißt du, wie die Kenden abgibt. Du bist eine Nacktmulle. Digger. Ja, Hendrik noch eingeholt, aber jetzt kommt eh die schrude Phase. Wo der Typ hinten aus dem Backofen kommt. Backofen, Potatoes. Jetzt habe ich gerade wieder keinen Schein, Ray. Kann Blizzard das hier so machen, ey. Müssen die Server, die wegfickeln. Sollen sie mal. Coolere Server kaufen. Für einen Tag? Ne. Aber bei dem Geld, was die haben, finde ich das schon. Ich könnte. Und wie oft ist mitten in MOP, wo gar nichts war, im Patch, einfach so auf einmal die Server weg gewesen. Oh, das passiert halt. Das passiert halt. Kann passieren. Also ich muss sagen, für das, dass es echt 24-7 Online sehen ist, ist es gar nicht so schlimm. Die sind scheiße. Weiß ich nicht. Also die Google-Server laufen stabiler. Da greifen mehr Leute darauf zu. Das interessiert mich nicht. Das interessiert mich nicht. Schnell weg hier. Mein ganzes altes Zeug jetzt schon. Oh, der geht kaputt, der geht kaputt, der geht kaputt. Oh, Alter. Ich ne geht es mal, ich bin der Death, Mann. Was bist du? Ich ne geht es mal, ich bin der Death, Mann. Wenn er einen Noxus anwirft. Was wirft er? Achso. Ich mach da mal den Emote aus dem Death, Mann. Den kann ich auch. Welches war das? Welches Toy? Das ist das. Ja, hier. Klar. Vielen Dank. Oh, der labert ab und zu. Einfach so random. Das ist voll cool. Freshester Tauren-Warlock wo gibt. Pool weiter, schau die andere Gruppe auch noch. Pool zum Schwein einfach raus. Weiß ich nicht. Pool das Schwein, kann man das mitpulen? Nee, komm mit. Da drüben ist ja auch eine Gruppe. Das ist aber lustig. Wow. Wetten, das wird Hammer behindert. Hammer behindert, ja. Stunnen können wir in der Hardbox. Habe ich schon gerade eben Schilder für euch gemacht. Schau mal jetzt. Wer down angecharged, gestunnt. Ich kann mich nicht zum Schaden machen. Ich hasse diese Indie hier. Ich fand den Zug auch lustiger. Das ist doch all level 60, äh, 90. Das gehen wir da nicht mehr. Spezifisch einmal ist, siehst du, ist das nur eine Indie. Wir haben das scannert, weil ich hab, wir haben, äh, random gemeldet mit level 90, mit dem Beta-Server haben wir das auch zum Zugriff. Könnt's hier mit LR 90 gehen? Wir machen vorher, oder so. Naja, wir haben einfach... Vielleicht war es aber nur, damit ihr es das üben könnt. Schau mal, äh, schau nicht. Auf dem Beta-Server stand es doch instant gleich, äh, in deinem Gebiet. Die Curse, die Curse. Ich seh die nette, wie ich zieh das nicht. Ihr pullt einfach Destro, kann nicht so. Du weinst ganz schön, wie ich euch das gefühlt habe. Ja. Will, Warlock, ich will so ausrasten, alles so bääääämm und dann so nehmen. Wieso absorbiert der da hinten, Mann? Der hat so'n fetter Schild. Ja, krieg ich viel gecastet, die. Ja, acht Stunden routet die jetzt. Ach, danke, nice. Endlich mal einer, der mitdenkt. Besthealer in dieser Ini, den ich bisher das ja hatte, Mann. Oh, nein, 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 nein. Das wird ja auch nett, das wird ja niemals passieren, wenn du irgendwie, äh, unreadest, redest. Never, never, niemals. Die, die ganzen anderen, die denken nur, puh, mir doch egal. Äh, cool dann. Ah, ich hab nichts gesehen. Beweglichkeit, wieso ist der beweglichkeit? Den würd ich als Warlock gerne haben, Mann, zum Tanzbogen. Was solltet, nirgends. Wieso kann ich den nicht? Ich will den auch. Sieht echt netze Maulung an. Und zum Deacay wird er auch gut müssen. Alter, es gibt dann später sehr besseres Zeug als das Blaue. Mag sein. Die laufen schon, wenn ich weggehalten habe. Und pullen da hinten. Alter, was ist mit euch? Die sind so doll. Es ist nicht so doll. Es soll die NPCs so lang gelaufen sind. Ich bin den einfach mal hinterher gedüst. Das zählt dir meine Scherzini, Alter. Ich hab meine tolle Stangenwaffe angeglotzt. Und hab mein Pillarwahn rausgeholt. Du hast wieder was im Wohne. Ich muss mal. Mein schwuler Pannl. Ja. Kann man jetzt questen. Nein. Warum nicht? Geht nicht, es leckt. Du bist schon weitergekommen mit deiner Quest. Nee, ich dreh immer noch. Nein, ich dreh immer wieder und wieder. Aber vergiss das, bleibt schön drin. Und in Indie komm ich auch nicht mehr rein. Du musst dich in den Mob teleportieren, mit deinem Ruhestellen. Weißt du, ich hab echt Angst, dass ich irgendwie Level 93 bin. Nichts gesehen von mir, nur diese Pimmelkacke. Ja, es gibt ja irgendwie eine Mainquest, die man auch machen muss da, oder? Ja, Garnison halt, ne? Ja, ganz viele. Ja, du musst durchquesten. Ist das Ego, Alter. Nach dem Quest-Hunter. Ja gut, man kann halt dann die optionalen Dinger weglassen, dann. Die optionalen gehen aber richtig XP, ne? Wenn die grau sind, nicht. Ja gut, dann wahrscheinlich nicht. Dann gebe ich dir Ursicht. Oh, ich bleib mir verstehen. Ich würde eigentlich schon lieber jetzt eigentlich gerne Questen, aber... Ja, meinst du, wir nicht, oder? Fresh das 80. Mal, oh gar nie. Ich bin so froh. Überall für Challenge-Mode, was geht? Da gibt's schon einen, der ist 94 auf dem Server. LOL. Ja, der ist vorgeoggert und ist jetzt schon in den nächsten Gebieten, oder? Irgendwie so eine Scheiße. Ja, du kannst, du kannst, glaube ich, innerhalb von... Irgendwie, was waren das? 10 Stunden oder so, indem du irgendwie so ein paar bestimmten Scheiß machst. Ich weiß noch nicht was. Ich hab da einen Guide zu holen. 4 Stunden 30. Das ist Greatness. 4 Stunden 30 ist normal mit Questen, wahrscheinlich. Was? 4 Stunden? 4 Stunden 30 ist Schaffmask. Boah, da bin ich aber morgen schon 100... Nee, das schaff ich nicht, das geht's nicht los. Das sagen die Hardcore-Dinger, die... Ja, die hast du auch schon irgendwie auswendig gemacht. Das sind irgendwelche Exploit-Guides, aber auch das kannst du mir jetzt sehen. Nein, 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 das ist wirklich kein Exploit. Das ist gewollt, dass man nur 4 Stunden grinden kann. Habt ihr Quest? Nicht grinden, Quests machen. Der macht einfach nur optimale Quests. Leute, die erste Quest ist eine Drop-Quest, also mit nicht 100% Sound. Ich glaube, in dem einen Guide, der geht richtig, richtig schnell, pusht er sich einfach, dass du hier schon... Hast du deinen ersten Mob geflaggt und da war nichts drin, oder wie? Doch, es ist nachge-laggt. Nachgrant, ja. Der Loot. Doch, ein 100%-Drop. Muss ich nur noch looten, das dauert ein bisschen. Agro. Ja, weil du nicht gewollt hast, wirst du dich da was machen können, weil du dich nicht reingekommen hast. Ja, ich hab den Brief. Ich hab die Quest. Die erste Quest ist, oder wie? Holy Shit, wie lange hast du das gebraucht dafür? Da haben wir zwei Instanzen gemacht in der Zeit, oder? Da hat er fünf Stunden gewirbelt, halt. Ich hab mir recht, ey. Muss ich jetzt machen? Achso. Noch mal so einen Brief sammeln. Hä? Oh. Erstmal Quest abgeben können. Bereits zur Abgabe? Wo? Katka wahrscheinlich wieder, oder? Da brechst du offenbar was geht. Ja. Schreibt nicht an, wo ich's abgeben kann. Brechen. Klicken um abzuschließen, ach, das leckt bloß so. Pfff. Oh man. Ich kann dich fest nicht abgeben. Vermeidung. Was ist denn Vielseitigkeit? Was macht der ganze Scheiße? Mehr Vitality. Es gibt drei neue Stats. Videlity. Multistrike. Das sind die wichtigsten. Dann gibt's noch eine Banane-Kack. Ich weiß ich grad gar nicht. Vitality. Readiness. Die sind so rausgenommen. Keine Ahnung. Ich weiß nur, Vitality ist das mit Plus Damage plus Heelung. Weniger Schaden. Leech gibt's noch. Ach, Leech was? Genau. Und dann Multistrikes Schaden auf alles irgendwie. Und avoidance. Und meldung. Und meldung. Und meldung. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Wieso warte mal, kann ich nicht hier? Nox hier? Wo ist Nox? Nox, bleib mal stehen. Kann ich das nicht geben? Ja, kann ich. Viel Spaß. Wieso hab ich das überhaupt nicht? Ich hab das irgendwie... Ich hab nicht. Ich hab alles gepasst. Tut mir leid. Gott, wie deaktiviere ich jetzt die Scheiße. Oh. So geht das. Okay. Danke. Okay. Ich kann's halt immer noch in Feuer vorzahlen. Ach, wie ein Juckz. Lol, stehen hier voll viele auf die Steine, wo Hendrix sagte. Ja. Viel Spaß. Lol. geil. Leil. Leil. Aua. Leil, ist das geil. Hahaha. Der Sound dabei, wenn alle da drauf hämmern, ey. ihr seid echt scheiße blössert ich glaube die denken halt null darüber nach wie wie da sein wird das damit die am anfang schnell durchkommt die sagen sie einfach was könnte cool sein und spaß bringen wir denken die darüber gar nicht dass jeder einfach einen stein anklicken könnte nein das wäre zu hartkopf es stehen jetzt hier echt 100 leute drum herum um diesen einen stein ich glaube so kommt maximal eine fünfergruppe ab ich euch was sagen wir sind eine fünfergruppe da gehen du bist gleich schon level 91 ich bin ich bin in einer fünfergruppe dafür Oh Scheiße Du schaust was schnell der will ane nennst, dann kann man nichts weiter gehen LOL, da hat einer seinen Schrauber aufgestellt, das mal in eine untere Schwarzfeldspitze geportet wird Oh Leute Oh, ich hab gehört, auf Portalroulette geht der gar nicht mehr Ist er das nicht? Man kann die nicht mehr in einander stacken, die Portale Warst du da nicht da? Hat er doch sogar auf der Blizzcon gefahren? Ja, ja, da weiß ich's ja auch Keine Ahnung, da war ich schon ge... Ja, ich war doch einmal kurz Autofahren, wegfahren, weiß ich nicht Das kann sein, das war ja auch das Pedalless, wo du kostet Ist er schon wieder durch? Ne, der erste Bus Ne, das ist der erste Bus Ne, kommt mir alles so gleich vor Sind wir schon wieder durch? Ja, ich bin schon völlig weg Sind wir mal da? Oh ne, jetzt hat einer hier nen Zug raus geholt, oh Gott Chukka 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 chuuu Best invention Alter Wie ist bei dem Boss hier so irgendwie der Schaden so low, find ich Ups Er ist voll Fahrt, Alter Achso, okay, warte dann, Marie wieder an Ich laufe die ganze Zeit meine Toys an Was du so schönes klicken könntest Ja, ich weiß nicht, dass ich's niemals soll Was gibt's denn noch? Du sagst dann, wenn ich den Feuerfurz wieder ausmachen soll, ne? Mal aus Das ist echt Das ist echt Traurig ist das echt Es ist nur traurig Es ist nur traurig Hat er noch ein cooles Verbannungsergeben, Lukas? Ne, gell? Theorie, ich Ich krieg den, den Schneezwerg krieg ich noch Mit meinem ICC Ah, hast du, das hast du schon, gell? Ja, ähnlich Ich hab noch nicht abgegeben, wir sind umgelockt dann Ich müsste noch die Truhe mir abholen und abgeben, ne? Alter, es ist gleich drei Uhr und das geht immer noch nicht Hm Ich will vielleicht überhaupt nicht schlafen gehen zu werden Gute Nacht Wir hätten auf nem Kleinen Server tranken sollen, extra dafür Ja, und dann raiden wir mit Puse Muckel, ne? Ne, dann wieder zurück Ja, okay, dann gibst du uns das mal auf Du musst dich doch nur in einen Servertrans für die Server einladen Dass wir da drauf sind Du musst in Ruhe Du kannst mal in Ruhe Dann levelt Nox ab sofort seinen Schurken erstmal zuerst finden Es gibt nen Trick, wie man, wenn der Lied aus der Gruppe auf dem Server bleiben Ja, wie du einfach offline bist Ah, für einen Dann kann man dafür Für einen, glaub ich Wohl weiter, oder wirst du mit dem N-Mob da echt denken Also macht das schon die ganze Indie, Mann? Ja, ich weiss, Alter Ach, f***s mich, langsau, ich kenn Bock mehr Da geht mir gleich jetzt die Däbel Ich bin ein Mal kurz stehen geblieben Die ganze Zeit Du Rage quittest schon wieder Ah, ich bin level up one! Wuuuuh! Ich hab's immer auf gar nichts gesehen Schon so in der Trauung bist Nee, echt, das war gar nichts Der ist nicht aufgeblöbbt Der ist nicht aufgeblöbbt Und dann kommt der immer so Buuuh! Level up! Gibt es? 5000 Sachen freigeschaltet Aber gar nichts Kann doch immer nichts gehen, Alter Das Schwein hinten irgendwie Ich glaub das hat irgendwie Henrik-Agro oder so Ich-Agro, glaub ich Irgendwie, ich weiss nicht Ich hab gar nicht gemerkt, dass es gut tut Huuuuh! Am Stein ist, wenn er nicht weniger Leute ist Als mehr Das ist ein spätes Server, wenn ich immer wieder auf Nee, das stimmt, aber Ey, diese Quest, ne? Das ist ja... Beleidigung für einen WoW-Spieler Wie trollen wir sie am besten? Ich glaub das ist echt das Schlauste, was wir grad halt machen Echt mit den Indie-Screen Wie gesagt, es ist so Wumpe eigentlich Muss man die Quest ja dann mal nachmachen, musst du wenn du bekommst Kick Und das dann Okay, ich glaub die waren schon DR oder so K Ey, wer kommt denn hier alles noch? Ist das normal? Bei zwei Mops, die stehen ja im Raum Der hinten ist nicht normal, oder? Der hinten hab seinen vergessen. Der hat Daniel auch gemacht. Für den Silenzen. Hab ich. Ich geh rüber ins Silenzen. Ich hab ihn auch gekickt. Er kommt. Boah, best healer ever, man. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Alter, das war Henrik gesehen. Ich hab ein Shield gegeben. Bis er das Shield Cup hat. Die Stunwick Cup und dann Freedom. Und das das Shield wirklich geht. Boah. Ist aber schon ziemlich anders. Hopp. Wie war dieses Pimmel-Video. Das ist der Leder-Schule, Alter. Das wär so gut sein, Alter. Nicht? Bei mir kam das gar nicht. Ich glaub's immer. Ja! Ich hab geklickt. Auf zum nächsten Stein. Wie viele musst du klicken? Zwei. Holy Shit. Oh, das Portal wird schwächer. Das ist mal lieber den Loot schwächer. Äh, den, den Lake schwächer nicht. Was hat er denn in den Briefkasten reingestellt? Ich glaub's nicht. Das ist ja auch nicht mehr normal, dass der Spasti nicht mehr aus Fire und Brimstone rausgeht, wenn das aus dem geht die Fire und Brimstone scheiße. Äh, wenn du keine... Ja, wenn du keine Emissionen mehr hast, wirst du loswerden machen. Ja, dann geht er da raus eigentlich. Er geht eigentlich automatisch das Fire und Brimstone raus. Macht er nicht. Gerade. Achso, er macht's nicht mehr. Nein! Ich war an Fire und Brimstone und... Wenn du schon jetzt hier war, gehst du raus, ja? Ja, und er war aber drinnen weiter und dann konnte ich nichts mehr drücken und musste der Auto selber hier rausgehen. Das ist doch blöd. Ich weiß nicht, ob das grad Bug war oder ich hab keine Ahnung, was da los ist. Okay, vier Schaden machen sie. Aber kein Pass. Ich hab's generell jetzt voll wenig Schaden gemacht in der Runde. Ja, weil da noch Ads waren, die es wohl sind. Ich hab da sonst mal ohne Ads gefüllt. Ich hab gar kein Loot drin. Ich hab's gar kein Loot drin. Du hast ja ne Loot drin, Cauts, gell! Hast du jetzt? Reinkaut, ja! Warum? Hm? So muss man stehen bleiben und looten mit Personal Loot. Mir ist das vollkommen wurscht. Ich brauche hier eh nix aus der Annie. Nicht wirklich, ne? Naja, du hast jetzt nur Crap gedroppt. Auch alle Sachen, die ich anziehen konnte, alles nur... Alter, wo parkst du? Ich werde weggekickt, Mongo! Aua! Echt ein Velvirus. Ich wollte ihn beehren, aber die haben mich dann weggekickt. Die ganzen Scheiße, bevor haben sie mich nie so dauerhaft weggekickt. Na, und jetzt kann man ein Kick 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 Kick. Wah-Lala Wollohlenolololoo Hohohoho H4ohhohohoho W railway Mä m genre Adam das ist seine größte sorge kommen wir sind jetzt die hose in beach sports habe ich schon gemacht bin ich jetzt so tschüss alex strandgammler war ich strandgammler ist aber geil man ich habe eine fette schaufel man in der sandburg bauen dann war nicht aufgestanden ist durch eingeschlafen unfassbar dann kennst du schon Was? Verdammt, da haben wir wirklich eingeschlafen. Vor allem, vor allem Basten. Oh man! Ach, einfach der Warlock mit dem Netz hat's eingepennt. Ich glaub, ich geh auch gleich pennen. Jetzt will ich auch pennen gehen, wenn er pennen will. Ich will auch pennen, ich will schlafen, gut nach. Ja, das bringt nichts, wenn's. Das bringt echt wenig, das stimmt nicht. Lieber steh ich morgen früher auf und hab dann, weiß nicht, bis 2 Uhr, bis die Schüler nach Hause kommen, mehr Zeit zum Questen ist. Jetzt, irgendwie. Viel Spaß beim Steinklicken. Deswegen sag ich ja, dass ich früher aufsteh, nicht jetzt. Legt sich nur ne Stunde hin, in einer Stunde wieder wach. Immer noch. Puls bitte nicht, wenn ich reziehe. Schon lange anzuspielen. Vielleicht noch für so nen Nacht-Axon gerastet. Keiner jetzt, man. Was ist das für ne Fetzer-Verwandlung? Kaufen für Kohle. Was? Was ist das? 2K, glaub ich, ich weiss nicht. Das hier heißt, Kalutas Haunted Locket. Was ist das irgendwo kaufen? Die war immer so beliebt, weil sie in BVB in Arena und sie auch Usen hast gewinnen. War einmal voll buggy. Das haben sie aber wieder. So, was erzählst du mir nicht? Das hab ich schon voll lang. Das ist das erste Mal, wo ich's kaufen kann. Ich glaub irgendwo... Ober-Ogrim war da irgendwo um Arsch der Welt. Die Instanz ist Gülle. Hm. Ich geh gleich Stein klicken. Ja, du musst den Mob fahren. Ja, ich geh den Mob fahren und Stein klicken. Ernsthaft? Willst du aufhören, oder was? Das ist übelst Gülle... Ja, wenn du gleich da stehst und die ganze Zeit rechts 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 rechts, das ist ein bisschen. Das bringt keine EP und bringt nichts, ne? Gar nichts. Das bringt nichts. Das bringt nur Frust. Das hier bringt wenigstens EP. Aber wenn man da den Stein geklickt hat, dann freut man sich echt groß. Nach dreiviertelstunde. Du freust dich auch an einem Dusenöffner, ne? Ja, gut. Schon wieder so'n scheiß Zug, Leute, ey. Die ganzen Trolls, die jetzt da einen Blick von den Stein stellen... Kann man denn den Zug melden, Nox, mit 81, äh 90? What? Ich kann nur Blattmaul-Slack meins melden. Das ist gar nichts. Das ist sehr schönes hier. Was steht denn, Alter? Spezifisch. Alter, wo ist denn die Zug-Indie hin? Also was sollst du machen? Soll ich nochmal anmelden, oder? Ja, Leute. Von mir aus gerne nochmal anmelden. Sehr gerne. So schlecht zwölfeln, die das gar nicht sind. In... Irgendwie ist ein Level. Ungefähr. Mehr, mehr, mehr. Aber wenn man's beäilt, ist das... Keit so langsam. Ich find das... Es macht keinen Spaß, aber ich find das besser als kleinen Stein klicken. Oh, hier ist vielen Dank für deinen Follower. Du weißt schon, wenn? Ich weiß schon, wenn diese Instanzen in HC reinkommen, wenn wir jedes Mal ultra mega kotzen. Mhm. Es ist genau dasselbe Battlefield-Syndrom, jedes Mal wenn Shanghai kommt, hast du so oft in der Beta gespielt, willst du nicht mehr sehen. Ja, was von mir ist, wenn du jetzt schaust, ob's werden... Das wird lustig. Keine Schmutz. Die kickt nämlich in Lava rein, da muss der Denker aufpassen. Das ist so kacke, wir brauchen jetzt eben wieder einen HC-Typi. Was gepullt, gell? Mhm. Hoppala. Hoppala! Jedes Mal denk ich an Zirkus Ali Kali wegen der Scheiße. Wir brauchen einen... ...HC-Typi, alter. Ja. Das ist ein HC-Typi, hä? Irgendwann. Weil der HC machen kann. Sooo, meinst du? Ich... ja... ...bräuchten wir. Ich wünschte mir, Warlock könnte es. Hast du gerade eine Hand auflegen? Jaaa... Und mein Last Stand fort. War vielleicht ein bisschen... Das Problem ist, dass sie sich auch grad angejudged und auch grad... Ich hab's überlebt. Cool, uns in der Darung genutzt zu werden. Achso, wieso schließt die Idee? Braucht ihr noch einen GS? Keine Ahnung. Ja, gib mir mal einen GS bitte. Ich... ich stell immer mal wieder einen. Also ne, wir fangen ja eh nicht. Gut. Ich hab' einen GS. Wenn Daniel Pennen geht, können wir Mano einen laden. Nein, nicht. Wollen wir Mano mit? Wir sind noch nicht die Zwecke. Ich hab' echt lieber den Random-Mann. Jo. Der Random. Nur noch beim Zweinstein oder wie. Ja klar. Oh, das war nett. Der hat mich gegrubbt. Boom, boom, boom. I got a boom, boom, boom. 91. Get set. Get set. Hat Henry 50? 55. Ich war ja geil zu Metafall. Oh man. Auch wenn das um 91 gegangen wär, hätten wir es nie geschafft, weil Henry einfach 50 hat. Oh man. Okay, ich hätte ihn gekickt, wenn wir alle 91 sind. Der kann Dailies machen, dann bis wir sind. Alter, ich glaube es sollte echt schneller gehen, rauszugehen und Dailies zu machen, anstatt die Dinger zu klicken. Die Dinger klicken, das bringt eh gar nichts. Das machst du morgen, das was Mano jetzt geschafft hat in einer Stunde, das machst du morgen wirklich in zwei Minuten. Ja. Aber Ablequests sind jetzt resettet. Machst 25 Dailiquests, hast du dann alles lebe. Bist du Sweet Mano oder nicht? Na, danke. Seien wir schon raus, wenn du noch gar nicht fertig bist. Du bist jetzt mitten in der Indiequip. Ja, ich geh gleich. Ich schlaf was da. Ja. Das kann ich gar nicht verstehen hier. Auch nicht für die Jüngste, weißt du? Hey, ich weiß nicht, das wäre was anderes, wenn wir jetzt die Quests genommen täglich und würde ich mich motivieren, aber... Naja, die Kacke hier ist halt ultra fahr. Es ist halt ultra fahr, du machst das gleiche und dann schlaf ich fast ein. Und vor allen Dingen das Schlimme finde ich hier auch noch, dass jeder Boss ist irgendwie derselbe. Ich merke hier keinen Unterschied. Jetzt kommst du hier aus dem HC raus, oder halt im... Naja, aber so sind es einfach nur jedes Mal Urge nach Urge. Weißt du was ist? Das ganze Add-on geht so. Hm, wie das letzte Add-on, Org, Org, Org? Ne, da war erstmal so Schar-Scheiße und Insekten-Scheiße. Ja, die ganze Zeit Schar-Schar-Schar-Org-Org-Org-Org. Und der letzte Teil war Org. Hier ist jetzt einfach nur Org. Boah. Fuck the Org. Jaaaa! Jaaaa! Er hat seinen Stein. Herzlichen Glückwunsch, Manu. Danke sehr. Oh ja, Macho-Pauto. Hm. Ich denke ich, warum... warum er nicht mit uns mitmacht. Wo ist der scheiß Hunter eigentlich? Am Anfang der Elite. Warte, Manu, hast du schon leveled? Das nö. Er hat wahrscheinlich 5 EP in Mob jetzt gemacht. Wir sehen. Immer nicht. Äh, ging's. Wir waren 60, ne? Ne. Nein, 32%. Du hast angefangen bei 0 ohne Dailies oder? Ohne 0. Also ich hab' ohne Dailies. Ohne Dailies, echt? Ja. Wow. Der beste Start, was ich finde, war eigentlich... der Klüssen. Auch wenn es kacke lief, am Anfang. Ist auch auch grad gestürzt. Hab' das Klüssen war gut. Auch abgestürzt, aber. PC war ich nicht so wirklich erlebe, weil wir haben so hardcore erlebt. Ich fand' PC ging gut von den Quests und so weiter. Es waren nur die Server sind abgeschmiert. Das war nicht von der... Das lag halt... Das war das erste Add-on, deswegen war's kacke. Jungs, die erste Waffe, die es hier gibt, klau. Gearscore 505. Hm. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Pack sie dir ein und bewahr sie in Ehren. Betretet Guldans Gefängnis. Hallo Guldan, wo bist du? Windows wollte das runterfahren für irgendwelche Updates ey. Komm ich mal mit seinen SSL-Updates. Sollen wir da jetzt eigentlich Gear machen mit dem Random Nox? Äh... Also nicht. Noch mach Gear. Oder mach einfach Disenchant. Mach einfach Disenchant. Naja mach ich dann da. Dann holt er dir die Matz eh. Ja. Wenn du um die Matz hängig. Lieb ich um das Gefühl ist zu Disenchant? Was stärken die Computer nur ihr Clown? Windows macht gar keinen Schaden. Cool. Der ist schon 91 der Wichse. Ja. Oh nein das geht hier unten weiter. Ah ok ist gut. Hast du jetzt schon vorbei mit dem? Freu dich wenn du dann eine Vision hast. Das ist dann instanziert erstmal. Ja da will ich aber nicht hin. Deswegen geh ich auch nicht mit euch. Da warte ja. Keine Ahnung. Das sind dann auch nur so drei Quests oder so. Dann gehts weiter auf die offene Welt. Und danach muss man wieder drei Steine anklicken aber es geht schneller. Das Schwein kommt. Das Schwein ist ja schon wieder. Das gibt gute P man. Na ernsthaft. Ich... Ich... Quess noch morgen dafür weiter. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Das ist glaube ich irgendwas mit 1000. 1400. Ah. Die im blöd. Deswegen pulle ich den schon seit drei Instanz gegen immer wieder. Das. Ist dem ob in den Instanz. Hahahaha Immerhin gehen abfarmt quitten! Schweine farm! Also bei mir macht der Hunter wesentlich mehr Schaden als ich Ich habe's total zerstört Spoileralarm Das Hammer dreist. Spoiler, äh ernsthaft, das wusste ich nicht Hahahaha Wie soll er mal wieder zurückkommen? Waren wir einfach oft zu spoilern. Gute Story. Wird's ja auch gerne erleben, aber ich bin hier gefangen. Der Hobbit, ne? Ohne willst du spoilern dich jetzt? Smoke stirbt. Oh, scheiße, du Arschloch. Der Herr, der Ring, den er hat, ne? Das ist der von Herr der Ringe. Achtung, nochmal Spoiler-Alarm. Legolas ist eigentlich nicht im Hobbit drin, aber irgendwie ist er schon im Hobbit. Ja, okay. Das Faboro ist auch mega scheiße, also der Hobbit das Originalbuch. Was? Was? Nein! Bist du behindert? Das ist langweilig, ey. Nein! Das ist der übelste Effekt. Übelste Effekt. Kann ihn mal bitte wegkriegen. Kann ihn mal bitte wegkriegen. Kann ihn mal bitte wegkriegen. Der Action-Scheiße, weißt. Danke sehr, danke. Ohne Witz, ohne Witz. Das war Fake. Gibt's gar nicht. Ne, man, dem rede ich nie wieder. Oh fuck. Überleg gleich. Er ist wahrscheinlich schade, er find's gut, dass Legolas da ist. Er find's schade, dass Aragorn nicht auch da ist. Frodo sollte auch mit unterwegs sein. Luke Skywalker hinterher. Das Luke Skywalker nicht dabei ist, wenn ich schon scheine. Richtig geil, man braucht doch. Und alles gedreht von dem Typen von Transformer bin. Oh nein. Michael Bay. Ja. Der Ring fällt runter in den Vulkan und alles explodiert. Und am Ende kommen die Ninja Turtles, das ist eine Promotion, ihren Film. Habt ihr den gesehen? Nein. Die kratze gucke ich mir nicht an. Ich bin grad echt erschüttert von Manu. Hm. Schreck schon ein wenig. Ich hab Hunger. Ich auch. Ich ess grad Negerküsse, aber die machen voll nichts. Die sind eigentlich nur eklig gerade. Ich hab noch genau ein Mochi-Ding hier, dann hab ich gar nichts mehr zu füllen. Was ist denn ein Mochi? So eine japanische Süßigkeit. Das ist hauptsächlich Zucker und Reismehl. Ich warte ja darauf, dass ich den Bäcker endlich aufbache, dass ich zum Bäcker gehen kann. Warte erst in vier Stunden auf oder was? Ja, ich weiß. Ja, in drei. Es ist schon richtig wieder wärmt. Boah, Lukas, die Skills, ne? Ja. Du hättest Daniel vorhin sehen sollen, der hat ungefähr das hier gemacht. Und dann irgendwann? Das war's. Das war sein Bossfight. Der hat den Wolf unter Kontrolle, ne? Ich dachte nur so, hä? Was macht der da? Was? Und auf einmal... Oh! Cool. Die Schuhe, die ich bekommen habe, aber die... Das ist schon wieder Personal Loot, ne? Ja. Ja. Ich könnte sagen, die sind zwei Item Level besser, aber die sind schlechter als meine anderen Schuhe, weil die nicht verzaubert sind. Ich könnte eine Freude sein, euch zu verrechnen. Tell me where is Gundam. Watch dieser Autospeak befinden. So, mach den down, mach den down. Oh Gott. Ruhe da auf dem billigen Dick ab jetzt. Was macht die mit dieser Magma-Kugel da hinter uns, ne? An den Hunter komme ich nicht ran, Mann. Der geht ab. Ne, 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 der fährt einfach. Ne, 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 der fährt einfach. Weil so, warum ich was so für ein Item nehmen will. Ich guck mal, sein Geh kurz. Der hat 91k live, der hat 575 Warforged, alles. Ne, okay. Kein Wunder. Ne, ne. Tatsache. Dafür ist sein Damage dann schon wieder low, finde ich. Da wieder abgeht. 22k, das ist nicht abgehen, wirklich nicht. 20k? Solo-Tage? Ja, in den Simo-Dingern. Es ist Solo-Dinger, machst du um die... Auf 90. Ja, auf 90. Machst du 20 bis 30k. Der Typ im Raid hat uns doch auch als wir Raid geschwächt haben... Oh, ich bin 91, ich glaube, ich hab' echt nur noch nichts groß mehr auf so dieses Goldene. Einfach nur noch so ne Felschriftzug. Ja, ja. Nichts freigeschaltet. Ja, meld an, der ist super. Der ist gut, der ist gut, meld an. Ja, meld immer wieder an. Ähm, was wollte ich grad sagen? Unser Raid-Liter hat gesagt, der hat erzählt, der macht mit seinem Warlock im Single K24, 25k. Tester, dass der jetzt dann voll alles drin hat und alles richtig macht. Ja, vorhin der FK stehen und damit. Ooga-Kringa. Geht's besser im Questen, Manu? Ja, hab schon ein paar Quests gemacht, aber jetzt... Ich muss in D hin. Ich hab keine Folgequests bekommen, das ist komisch. Nein! Oh, PC existiert wahrscheinlich noch nicht. Ja, muss noch reingepatcht werden mit dem Warlock-Buff zusammen. Jetzt haben wir den DD, Mann. Er ist der DD. Warum? Weil er 600 DPS macht. 1500. Jetzt wurde er gestunnt. Sein Rekord wurde aufgebrochen. Und... 2k DPS. 2k DPS. Können wir den kicken? Ja, ich bin... Er ist tot. Nach der Kruppe kicken. Ich hab aus Versehen geadapt. Die sterben wir jetzt. Ne. Alex hat jetzt auch SS grad bekommen von mir. Einfach mal so. Passt schon. Ja, ich... Einfach nur so. Secure. Warum nicht? Einfach mal immer. Letztes Gefecht und dann... Locks geheilt. Der hat grad im AE 2,5 k DPS gefahren. Grad eben. Nur mal so. Ich würd's warten, dass wir die Türen können. Nein, das dauert eh die Türen. Das dauert echt ewig. Ja, kurz warten. Du hast halt nicht gerätzt. Was? 14 Minuten? Ja, vergess das Pult. 14 Minuten erst. Ein Boss muss down, glaub ich. Dann können wir erst. Ist so lächerlich, Blizzard. Kannst einfach ultra die Kartoffel sein. Kannst nicht gegen die Viertelströme. Kartoffelschutz. Kartoffelprotection hier. Kannst du auch mit Rädchen mitgehen? Anahiler. Jetzt könnte er gefährlich enden, ne? Und wenn der nicht auf Zack ist? Hm. Dann wird's nur langsamer. Weil wir dann... Hendrik und ich machen schon relativ gut GPs. Kann ich mal, wer schreiben, dass der Verkrieg nochmal Schaden machen soll? Die Pussy. Die Pussy. Vielleicht nicht genau so. Okay, dann lockst du's wieder. Ist der von unserem Server? Hallo, JBlack. Von unserem Server, oder? Nein, ne Ahnung. Wurscht, nix hier ist der. Nix hier ist mir auch egal. Scheiße, nix hier. Aber selbst Ereda wär mir egal. Der soll zu unserem Raid-Liter gehen petzen und dann interessiert's mich. Dann geh sag ich zu meinem Raid-Liter, der hat Penisschaden gemacht. Was willst du? Dann hab ich ihn geflaggt. Kick mich halt. Alter, es gibt das nicht wie früher, dass du... Was ist denn? Und alle ERPG... Interessiert den Scheiß, Greg, echt. Leider, ja. Ja, da muss man echt, wie Hendrik sagt, leider sein. Ist wirklich... Ich fand das cool. Früher war's halt so, dass du den Huf von Agile noch kapitalst. Jetzt ist einfach noch... Jetzt ist Penisschaden, Mongo, Fickfresse, blablabla. Nein, nein, er macht jetzt nur noch 1,5k. Er macht jetzt doch weniger. Alter, was? Achso! Ich hab W-Nigger mit Doppel-G-Auswärts geschrieben, jetzt zensiert er W-Nigger. 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 Hör mir, da ist der nicht so ein bisschen. W-Nigger. Hör mir, da ist wirklich mit Doppel-G, kann er... Ich seh nur W-Nigger. W-Nigger, ganz normal geschrieben. Hä?! Wieso jetzt, bei mir zensiert er W-Nigger. Loll, da hat einer... Ja, ja, stimmt. Da ist ein EPI gedroppt, ein World-Star, ein World-Star. Drop Drop, äh Gearscore 5, äh 6, 6, 5. Level 100. Er hat gleich verkauft für 3 Millionen. Ne, für 8k. Was? 8k?! Da kaufe ich ihn ab, egal was es ist. Ich gebe ihn 80 sogar, wenn er will. Die Scheiß-Items wirst du los für 500k momentan, möchte ich fast wetten. Irgendwie so ne kacke Preise. Wenn du dich einloggst, bekommst du ne neue Quest, du musst schon, ähm, Questen gehen. Immer weniger, man. Aber groß was neues bekommst du halt nur, wenn du Questen gehst. Spät, hab schon einer abgekauft. Jetzt haben wir du, Alter, 4k. Das sind sie denn nicht? Ne. Schwarten. Ne, egal. Alter. Alter. Muss ich jetzt mal ausprobieren. Redet der aber noch mit uns, Mann? Der ist auf Follow bei einem, kann das sein? Dreht euch mal um, geht mal einmal kurz zurück. Ich will das mal sehen. Ne, er fährt weiter. Er fährt weiter. Okay, alles gut. Hat schaufe ich gehen können? 10 Minuten. 10 Minuten, echt, ey. 10 Minuten, echt, ey. Wir machen Innis. Hä? Oh, Lukas. Egal, der Stipporat. Guck, mein Equip. Der Bett. Wo ist denn Alex, oder? Die hier hinter, ich schau zu. Der hält sich selber schon so an. Der hat den Mung gemacht. Der hat den Mung gemacht. Was ist das für scheiße? Kannst du das Solo machen, oder? Das ist Mung, Alter. Das erste Mal hat er gerade geantwortet. Das finde ich cool. Der Gogo, stand mal mit, Alter. Du schielst einfach schein. Das tut er aber wirklich. Hendrik, sein Mung, hat ungefähr dasselbe Gear. Mungo, ich hoffe, Alex wird gebannt. Jetzt. Die bannen mit wegen Mungo. Wieso, dein Spitznam ist Mungo. Soll jemand was Gegenteil behaupten? Fertig. Soll ich das so schreiben? Ja, Fragezeichen? Ne. Das ist schon so Idioter. Ja. Hendrik hat mit seinem Mung 7, 8 KDPS gefahren. Und der hat 1,505. Der hat auch ungefähr das. Ich habe ihn nachher angeguckt, gerade eben. Der hat eventuell so 499, sage ich mal das. Aber eigentlich, glaube ich, hat er mehr. Dann steht er da hinten und schreibt irgendwas. Ja. Natürlich. Na, ich glaube nicht. Schau, DK. Schau dir mal dein Gear an. Und dann 6K. LOL. Ich bin der einzige, der hier hinten. Die sind dumm. Wo man macht nun? Mit nem Worry sich zu grüsten momentan. Lächerlich. Mein Schwuchtel Worry fährt auch scheiß 12, 13 KM. Ja, da schreibe ich den Scheiß rein. Saturn hat keine Gamecarts mehr. Gamecarts kannst du aber auch online kaufen zur Not. Kannst du mir Pay-Safe-Card oder gibt es überall. Online. Oh mein Gott, das ist das schlechteste Anfang im Addon überhaupt. Was, wenn ihr das behauptet? Wartet mal. War ja so, dass die Leute, die das behaupten, nur Hartz IV haben oder 12 waren. Was soll das heißen? Warum riecht sie eigentlich noch mit dem? Richtig. Ich bin nicht schwer. Was haben wir hier grad anders zu tun? Oh, heee. Halt mich. Och, scheiße. Wie verkickt. Ich werde gestunnt hier wieder. Ich hasse diese Indie, Mann.